mal kurz bau noch eine man weiß nicht ob er die lehre nix sts öffnen mal gucken ob er vorzeit geschrieben hat nur als bau noch kurz eine magmatic engine weiß ich schon gar nicht mehr wie es geht oder sogar wieder gejoint jetzt bin ich gespannt ob es internet auch hält bin ich gespannt ja ja hallo juni hallo penny hier ich habe sie gab sie gesaved hier in der unteren kiste hallo so wie macht man nun in Mh, hab ich ihn ganz vergesst. Was will ich machen? Dafür brauche ich das, dafür brauche ich das. Wenn ich dann damit machen, dafür brauche ich dann Eiren, Quarz und Redstone. Eiren habe ich Quarz und da hab ich alles. Viermal, das heißt ich brauche davon 8 und davon 4. Access, 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 Access Terminal, da. Ok, du beschwimmst mich leicht dezent laut. Ja, ich bin nicht laut. Ich bin locker reizt. Von deinem Internet? Ok, gut freut mich. Komm mal, eine gute. Von deinem Futter. Ja. Ähm. Ich rufe Glas, Juli, das sagt mir, Kast drei Glas für mich. Äh, ja, habe ich irgendwo noch. Wie kann ich noch ein ME-Kabel? Wie kann ich noch ein ME-Kabel? Wie kann ich noch ein ME-Kabel? Gott, was machst du noch mehr Glas? Ah, ich muss mir selber Glas machen, ich brauche noch mehr Glas. Hallo, geh ich dir hier mal auf? WTF? Ah, das war kompizent geleckt. Ja. Auch hier war klar. So, eins und drei, vier. Ja. Und dann noch drei Rättsdöne. Und dann noch drei Rättsdöne. Und dann noch mal. Das war so. Und dann quatscht das. Du hast mir nur quatscht das übergelassen. Ich habe nichts rausgenommen, falls du das meinst. Irgendwo. Nein, 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 nein. Inventar ist das. Ah, ok. So. So. Ich kann Inventars folgen. Äh. Mach ich. Da. Ja. Jetzt kommt das da hin. Das da und das da hin. Das kommt da hin. Auf die. Und da hin. Ja. Hast du es endlich, oder? Den ersten Teil zumindest, ja. Den ersten Teil. Also die Curry arbeitet gerade schon wieder. Ja, das ist, das ist auch nie. Ich bräuchte jetzt die Crystal Chests, weil wir werden davon einiges mehr rauskriegen aus diesem Riesenloch. Ja, ich bin schon auch schon hochtun und machen und ich bin nicht fertig. Alles klar. Nein, nicht ob sie die haben bei Essen rein, mein Gott. Ich kann so was Kabel da jetzt. Mach's ab. So. So. Dum-di-dum-di-dum. Äh. Was kommt da rein? Was ist? Die Enzins laufen nicht. LOL. Wieso nicht? Die überhitzt wird. Wenn die rauchen, dann ja. Die Dinger HIP überhitzen, aber nicht die Magnetik. Und schon bin schon. Ich glaube, die sind zu dicht aufeinander. Was? Ich kann die nicht mehr abbauen. Ah, doch. Er hat nur geleckt. Dory Sell. Wie gemacht? Er hat gemacht. Wieso kann ich die nicht drehen? An den E-K-01 Sticky Pisten. Kann man auch noch Sticky Pisten machen, damit sie mich verarschen? Ne, muss ich nicht. Hä? Nein. Das ARM passt. So. Dann brauche ich jetzt noch den ME-Controller. Wieso brauche ich das und dafür... Nein, Mama. Nein. Da sind... Ja! Wieso läuft die Kacke jetzt hier nicht? Äh, äh... Ich kann... Ich kann die nicht umändern, so wie ich will. Äh... Wut? Hab ich ein Glück heute, ne? Oh, wah, 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 wah... Ja, wundervoll. Ja. Den hab ich jetzt heute. Lass dich auch... Die Kacke baut die sich nach oben. Äh... Äh, genau andersrum. Jawoll. Null hab ich... Und jetzt holen wir noch das Drive. Für das Drive brauch ich zwei davon. Hab ich. Dann zwei Glas und eine Kiste. Kiste. Oh! Kiste haben wir. Gut. Ich brauch ne Wooten-Conductive-Pipe. Äh... Lass uns doch alles hin. Obamaaaa. Dum... Dü-dü-dü... Dum-düh-dümm-düh. Prozent um k die Uhr das ist gut Warte, kann ich Glasfaser-Couple-Out direkt an Engines anschließen? Äh, müsste die normalerweise gehen, ja. Darf ich zwei, äh... Darf ich zwei Dias aufopfern? Ah ja, mach mal. Ich brauch Sand, hast du Sand? Nee, gell. Was ist los, was braucht? Oh! All, alles gut, ich hab' nur fast den letzten Fack bekommen. Wieso denn? Alter! Was, weil es braucht schon, du, was? Wochenende muss ich. Wochenende hab' ich keine Zeit, wenn du mit Baum beschäftigt. Mit Bauen? Ja, mit Kraft, ne. Warum? Wieso das? Oh, jetzt, es gibt ja verschiedene, ähm, Festklappen, ne, für die, wo man die ITEM drauf speichern kann. Ja. Ich hab' die 1K, die 16K, die 64K. Ja. Die 1K sind auch einfach, dafür brauchst du einfach Redstone, äh, Iron, Glas und einen Storage Cell. Storage Cell geht auch relativ einfach, brauchst einfach nur Quartz, Redstone und ME Basic Prozessor. Na, für 16K-Storage brauchst du ein, ähm, auch wieder Eisen, Redstone, Glas, aber dann brauchst du einen Storage Block. Den machst du aus einem ME Advanced Prozessor und dafür brauchst du einen Diamant. Da brauchst du eine Glowstone rum und das, äh, Storage Segment, Storage Segment machst du aus drei Storage Cells und einen ME Basic Prozessor. Oh Gott! Äh, äh, ähm, hast du grad Redstone da? Äh, ja, nur vier Stück, wieso? Äh, 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 äh gut vorher.